Wir sind live. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger von Annaberg-Boholz, wieder einmal begrüße ich Sie ganz herzlich hier live aus dem Rathaus mit neuen Informationen zum Thema Corona, zum Thema Verordnung, Umsetzung und mögliche Veränderungen zum letzten Mal. Wir hatten diesmal etwas längeren Zeitraum, ehe wir Ihnen wieder neue Dinge berichten können. Es gibt einen neuen Stand, nämlich dass eine neue Corona-Schutzverordnung erlassen wurde und die ist gültig ab dem 15.05. dieses Jahres. Was sich nicht geändert hat, sind die Kontaktbeschränkungen mit geringfügigen Ausnahmen. Aber das wichtigste Thema bei allen Lockerungen, von denen wir sprechen und die ich Ihnen dann vielleicht im Einzelnen noch etwas näher bringen möchte, auch was das für unsere Stadt bedeutet, ist die Einhaltung von den Hygieneregeln. Dort ist im Einzelfall immer zu prüfen, entweder zu genehmigen, zu prüfen oder das zu gewährleisten, dass Hygieneregeln eingehalten werden. Der Kern der ganzen Lockerungen, der weitreichenden Lockerungen, muss ich nochmal betonen, sind die Beachtungen der Regeln. Wir hoffen damit bei den Infektionszahlen, die wir glücklicherweise nicht in dem Maße haben, wie möglicherweise andere Regionen, dass wir dort bleiben können, dass es nicht schlimmer wird, dass es sich nicht in dem Maße erhöht, dass wir dann wieder in irgendeine andere Situation geraten und vielleicht zurückschalten müssen. Aktuell sind wir im Erzgebirge noch bei 546 infizierten Personen in Annenberg-Buchholz, immer noch bei 13. Also erfreulich, dass diese Entwicklung nicht schlimmer geworden ist oder sich erhöht hat. Ich möchte beginnen mit der Verordnung, die heute im Detail auch vorliegt, die gültig ist bis zum 05.06.2020. Die ersetzt die vorangegangene Verordnung und beinhaltet im Wesentlichen Grundsätze und einzelne Veränderungen, die ich Ihnen versuche mal näher zu bringen. Zum Thema Kontaktbeschränkungen noch mal zur Klarstellung. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist ausschließlich alleine und mit Angehörigen des eigenen Hausstandes in Bekleidung der Partnerin oder des Partners sowie mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht und mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes gestattet. Im öffentlichen Raum ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter, außer zu den in Absatz 1 genannten Personen einzuhalten. Von daher bitte noch mal, gehen Sie nicht davon aus, dass jetzt alles aufgehoben ist. Man hat den Anschein durch die Lockerung, es ist alles hinfällig und es ändert sich alles. Wir kommen zum normalen Leben zurück, dem ist leider nicht so. Und ich muss auch darauf hinweisen, der Virus ist noch da. Es ist ja nicht einfach so, es gibt Lockerungen und damit ist alles erledigt. Damit können wir alles so machen wie vorher. Das ist nicht so und mit dieser Verordnung bitte versuchen Sie sich daran zu halten. Es gibt einen Paragraph 3, da die Einhaltung von Hygieneregeln in Gewerbehandel und sonstigen Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens sowie bei Ansammlungen regelt. Das alles nachzulesen, diese Verordnung ist unter der Seite von Sachsen, also coronavirus.sachsen.de einzusehen. Dort können Sie sich auch im Detail noch mal informieren. Ich würde auf einzelne Dinge etwas näher eingehen. Paragraph 4, Ansammlung von Menschen. Es sind alle Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen weiterhin untersorgt. Dies gilt auch dann, wenn das Zusammentreffen nicht im öffentlichen Raum stattfindet, soweit Personen nach Paragraph 2, Absatz 1 zusammentreffen dürfen, liegt keine untersagte Ansammlung nach Paragraph oder nach Satz 1 vor. Also das ist wieder alles etwas paragrafenteutsch. Ich versuche das trotzdem so einfach wie möglich zu erklären. Es sind ausgenommen von diesem Ansammlungsverbot Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen des Landtags, der Regierungen, von Staatsanwaltschaften, für Veranstaltungen, die der Versorgung, der Grundheitsfürsorge, der Bevölkerung dienen, Nominierungsveranstaltungen, notwendige Gremiensitzungen. Ich möchte hinweisen, dass wir unsere Gremien wieder einberufen haben. Verwaltungsausschuss, Technischer Ausschuss, Stadtrat, auch der Sozialausschuss. Es sind erlaubt Zusammenkünfte, die für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit sowie die Wahrnehmung und Vorbereitung von Prüfungen und Betreuungsleistungen notwendig sind. Zusammenkünfte im eigenen Wohnbereich mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, der Partnerin oder dem Partner sowie den Personen, für die eine Sorge- oder Umgangsrecht besteht und mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes sowie Zusammenkünfte, von nicht mehr als fünf Personen zur Begleitung Sterbender. Es ist erlaubt, Gottesdienste, Beerdigung, Trauerfeiern und Trauung durchzuführen. Es gibt dort keine Beschränkung der Anzahl mehr, aber die Einhaltung der Mindestabstände ist zu gewährleisten. Das bedeutet, dass je nach Raumgrößen darauf Acht zu geben ist, dass das eingehalten wird und danach natürlich die Personenanzahl möglicherweise begrenzt werden muss. Es ist erlaubt, Zusammenkünfte der eigenen Kinder im eigenen Wohnbereich mit bis zu drei weiteren Kindern aus der eigenen Klasse bzw. der eigenen festen Kita-Gruppe zum Zwecke des gemeinsamen Lernens oder geteilter Betreuung. Das ist ausdrücklich aufgenommen worden. Es gibt dann in Punkt 7 bis 9, auf die würde ich dann nochmal eingehen, weil das Thema Kita-Öffnung und Schulöffnung doch schon recht, man sagt es heute so schön, Neudeutsch komplex ist. Und ich versuche das mal für unsere Stadt zu übersetzen. Es ist wieder möglich, die Fahrschulen zu besuchen, auch mit Durchführung von Übungsstunden und der praktischen Prüfung. Die Versammlungen nach dem Versammlungsrecht sind mit folgenden Auflagen erlaubt. Es gibt keine Vorgabe der Anzahl mehr, also die 50 Personen, die bis jetzt gegolten haben, sind hinfällig. Aber der Veranstalter muss sicherstellen, dass die Teilnehmer während der gesamten Versammlung den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Die Versammlungsteilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden. Und der Veranstalter stellt sicher, dass durch die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen der Versammlung und dem sonstigen öffentlichen Raum der Schutz der übrigen Bevölkerung beachtet wird. Von den Auflagen kann je nach örtlichen und sachlichen Verhältnissen durch den zuständigen kommunalen Behörden abgewichen werden, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht geboten oder vertreten ist. Ich muss immer betonen, wir sind nicht die Gesetzgeber, wir sind diejenigen, die sich an die Gesetze zu halten haben, ebenso wie jeder Bürger natürlich auch. Großveranstaltungen, extra Paragraf, sind mit einer Teilnehmeranzahl von mehr als 1.000 Personen bis zum 31. August 2020 untersagt. Dann gibt es einen Paragraf 6, Einrichtungen und Angebote für den Publikumsverkehr. Und hier wird es schon etwas komplizierter. Folgende Einrichtungen oder Angebote für den Publikumsverkehr dürfen nicht geöffnet werden oder besucht werden. Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbädern. Das gilt natürlich auch für die Saunen und Dampfbädern in Einrichtungen, die jetzt vielleicht geöffnet werden können. Die müssen dann natürlich an diesem Punkt zu bleiben. Nicht geöffnet werden dürfen Messeveranstaltungen, Spezialmärkte. Nicht stattfinden dürfen. Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs, Prostitutionsstätten, trifft für uns nicht zu, und Reisebusreisen. Das ist nicht erlaubt. Wir haben da einige Veranstaltungen, die unsere Stadt betreffen, wo wir das uns im Einzelnen anschauen müssen. Fallen möglicherweise erst mal nur diese Absätze. Ich spreche von Jahrmarkt, Buchholz, ich spreche vom Schutzteichfest. Das müssen wir uns im Einzelnen anschauen. Wo ist das dann möglich, über bestimmte Regeln oder Nachfolgeregelungen, das dann dort durchzuführen oder auch nicht. Aber mit dem Tag heute ist es nicht möglich. Erlaubt ist insbesondere die Öffnung von öffentlichen und freien Schulen, das hatte ich schon gesagt, ich gehe da nochmal näher darauf ein, von Theatern, Musiktheatern, Kinos, Konzerthäusern, Konzertveranstaltungen, Opernhäusern, sofern einer von den zuständigen kommunalen Behörden genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Wir unterscheiden hier im genehmigten Hygienekonzept unter vorliegenden Hygienekonzept und unter Einhaltung der Hygieneregeln. Also das sind verschiedene Dinge, die wir in diesem herauslesen muss, im Juristenteutsch das beachten muss und versuchen das umzusetzen. Es ist erlaubt, die Angebote in Literaturhäusern, Kleinkunst, Soziokultur und auch Gästeführungen sind erlaubt. Gedenkständen, Fachbibliotheken, Archive, Museen, Ausstellungen, Außenanlagen von Tierbergs dürfen wieder öffnen. In den geschlossenen Räumen ist unbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es sind wieder zu öffnen oder die Möglichkeit zu öffnen, Hochschulen und Berufsakademie, die Einrichtungen der Kita-Betreuung, Handwerksbetriebe. Auch Seniorentreffpunkte dürfen wieder öffnen, natürlich unter dem angegebenen Schutz. Spielplätze, Tanzschulen, Fitness- und Sportstudios. Da nochmal zurückzukommen auf den Hinweis, es gibt ja Fitnessstudio mit eigener Sauna. Dort sind natürlich die Saunas noch nicht möglich zu öffnen, aber das Fitness- und das Sportstudio darf wieder öffnen. Freibäder sind möglich zu öffnen, zufern einer von den zuständigen kommunalen Behörden genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Der Hinweis für unsere Freibäder hier in unserer Stadt. Die Stadtwerke Annenberg-Buchholz kümmern sich im Moment darum, dass diese Hygienekonzepte, die soweit vorbereitet sind, dann auch genehmigungsfähig sind und wir holen uns die Genehmigung sicher ein. Und ich gehe davon aus, dass unsere Freibäder mit Beginn der Saison, im Moment ist es noch ein bisschen frisch, dann möglicherweise öffnen können. Auch Freizeit- und Vergnügungsparks dürfen öffnen, insofern ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt. Die Ausübung des Sports für die Sportlerinnen und Sportler, für die ein Arbeitsvertrag besteht, also wir reden hier von Profisport, Bundeskater und so weiter. Gastronomiebetriebe, Mensen- und Hochschulkafeterien unter § 7 haben einen eigenen Eingang gefunden. Der Betrieb von Gastronomiebetrieben ist erlaubt. Für die Absätze 1 und 2 sind die Regelungen des § 6 Absatz 1 einzuhalten und wenn man dann mal zurückschaut, dann geht es darum, dass auch wenn die Gaststätten jetzt öffnen, dort keine Disco stattfinden darf oder andere Veranstaltungen. Veranstaltungen, die unterliegen diesem anderen Paragraf und sind daher untersagt, aber Gaststätten dürfen öffnen. Für die Öffnung der Gaststätten gibt es wieder eine eigene Allgemeinverfügung zu den Hygieneauflagen. Die liegt jetzt seit ungefähr zwei Stunden, drei Stunden vor. Wir konnten sie noch nicht komplett übersetzen. Ich gehe davon aus, dass unsere Gastronomen das inzwischen ganz intensiv studiert haben und die eine oder andere Sache verständlicherweise mit dem Kopf schütteln, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, wir können unsere Angebote in Annaberg-Buchholz, was die Gastronomie betrifft, wieder aktivieren und ich wünsche den Gastronomen natürlich viele, viele Gäste, viele, viele Kunden, zufriedene Kunden und hoffe, dass sie das alles umsetzen können. Der Betrieb von Hotels und Beherbergungsstätten sowie die Nutzung von Ferienwohnungen und Häusern, Camping, Wohnmobil, Stellplätze und Ähnliches ist gestattet, wenn die Regelungen des Paragraf 6, Paragraf 3, Absatz 1 und 2 eingehalten werden. Also diese Einhaltung der Mindestabstände, Hygieneregeln, hier ist nicht ein extra Hygienekonzept notwendig, was bestätigt werden muss von der Behörde, sondern hier sind die Regeln, die vorgegeben sind, einzuhalten. Für Dienstleistungsbetriebe gilt, die Erbringung von Dienstleistungen mit unmittelbarem Körperkontakt mit Ausnahmen notwendiger medizinischer Behandlung ist untersagt. Abweichend dürfen Dienstleistungen durch Friseuren artverwandte Dienstleistungserbringer unter Beachtung der vom Staatsminister, und jetzt gibt es wieder die lange Auflistung der Hygieneregeln, Allgemeinverfügung, wenn das eingehalten wird. Also dort ist, glaube ich, bei den Friseurhandwerkern schon viel passiert. Die haben ja seit vergangenen Montag wieder geöffnet und es scheint auch ganz schön Bedarf der Kunden da zu sein. Unter § 11 gibt es das Thema Besuchsbeschränkungen untersagt, dass der Besuch von Alten- und Pflegeheimen nach wie vor ausgenommen der Besuch nahe Angehöriger oder dem Heimbewohner nahestehender Personen zur Sterbebegleitung. Einrichtungen, ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie Wohngruppen mit Menschen mit Behinderung und so weiter ist nach wie vor untersagt. Vom Besuchsverbot ausgenommen sind zwingende notwendige Vorortkontakte durch Mitarbeiter des Jugendamtes, Rechtsanwälte, Notare und so weiter. Hier ist eine lange Auflistung. Ausgenommen von Absatz 1 Nummer 3 sind darüber hinaus Besuche von nahen Angehörigen auf Geburts-, Kinder- und Jugend- und Palliativstationen sowie in Hospizen und zur Sterbebegleitung. Also auch die eine Frage, ob man bei der Geburt als Papa wieder dabei sein darf, ist hiermit beantwortet. Das Staatsministerium für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt kann durch Allgemeinverfügung Ausnahmen von den Besuchsverboten nach Absatz 1 zulassen und Hygienevorschriften erlassen. Ausnahmen können durch die zuständigen Landkreise und zuständigen kreisfreien Städte im Einvernehmen mit dem Staatsministerium in besonderen Einzelfällen erteilt werden. Also dort ist auch eine Eröffnungsklausel, die verschiedene schwierige Situationen möglicherweise lösen kann. Soweit zum Thema neue Verordnungen, die im Allgemeinen viel regelt, aber noch nicht alles aufhebt. Und ich bitte Sie, versuchen sich an die Regeln zu halten und andere nicht zu gefährden und sich selbst natürlich auch nicht. Ich würde eingehen auf die Kitas und Schulen, weil es hierzu, glaube ich, ein Wort mehr zu verlieren gibt. Als rechtliche Grundlage für diese Neuerung tritt am 18. Mai eine neue Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen in Kraft. Ich zitiere Kultusminister Christian Piwarz. Am Grundsatz der strikten Trennung von Betreuungsgruppen und Klassen müssen alle festhalten. Ein Zusammentreffen von Kindern unterschiedlichen Gruppen und Klassen muss sowohl in den Gebäuden als auch auf den Freiflächen strikt vermieden werden. Lieber Staatsminister Christian Piwarz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so umsetzbar ist und ich gehe davon aus, dass diejenigen, die diese Verordnung erstellt haben, bei allen guten Willen und vielleicht Gedanken, die dahinterstehen oder Notwendigkeiten, dass die entweder keine Kinder haben oder noch nie in so einer Einrichtung waren. Es ist so nicht umsetzbar. Wir versuchen das, was möglich ist, umzusetzen und wir haben uns dazu verschiedene Gedanken gemacht und die würde ich versuchen mal zu erläutern, was unsere Einrichtungen betrifft. Für die Schüler der Grundschulen besteht ab 18. Mai wieder die Schulbesuchspflicht für die Schüler der Oberschulen bzw. weiterführenden Schulen wird ab 18. Mai der Präsenzunterricht beginnen. Das heißt, die Klassen werden in kleineren Gruppen aufgeteilt und zu unterschiedlichen Wochentagen in der Schule unterrichtet und in häuslicher Lernzeit zu Hause beschäftigt. Bitte beachten Sie die Hinweise und Elternbriefe der jeweiligen Schule. Und was das bedeutet, glaube ich, ist den Eltern am ehesten klar. Es kann durchaus sein, dass dann Ihr Kind, was in der fünften oder sechsten Klasse geht, einen Tag der Woche in der Schule ist und sonst wie bisher wieder zu Hause die Hausaufgaben, da Schulunterricht stattfinden muss. Und das ist nicht gerade einfach. Das erleben viele, aber ich glaube, dass wenig beachtet wurde oder die Umsetzbarkeit zumindest nicht so beachtet wurde. Für die Kindertagesstätten gilt, dass Infektionsketten jederzeit nachvollziehbar sein müssen. In den Kindertagesstätten sind offene und teiloffene Konzepte auszusetzen. Das heißt, alles, was bisher galt, ist jetzt nicht mehr gültig. Es sind feste Gruppen mit festen pädagogischen Bezugspersonen, möglichst kleinen, kein Personalwechsel zu bilden. Die Gruppen sind gemäß den räumlichen Gegebenheiten feste Räume zuzuordnen. Und im Rahmen dieser Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist es uns leider nicht möglich, die bisherigen Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Vorgaben, die hier erstellt worden sind, mit dem bestehenden Personal nicht umsetzbar sind. In Annaberg-Buchholz werden die Kindergärten neun Stunden Öffnungszeit anbieten, entweder von 6 bis 15 Uhr oder von 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Das kirchliche Kinderhaus St. Michael von 7 bis 16 Uhr. Eltern sollten in der Bring- und Abhilfsituation einen Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Haben Sie bitte Verständnis, dass sich die Krippen, Kitas und Horde komplett neu organisieren müssen. Das bedeutet viel, viel Arbeit und auch das eine oder andere Mal, wo es vielleicht etwas hakt oder klemmt. Und ich bitte Sie einfach um Verständnis auch für unsere Mitarbeiter, dass wir das tun, was möglich ist und natürlich auch in Ihrem Sinne. Für die Horde gilt, die Zusammensetzung des Klassenverbandes ist so weit als möglich bei der Bildung der Hortgruppe zu berücksichtigen. Auch hier gilt strenge Trennung der Gruppen in allen Bereichen mit konstantem Betreuungspersonal. Das bedeutet kein Frühhort in den städtischen Horten und Ende der Betreuungszeit ist 16 Uhr. Im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist es nicht möglich, also das, was ich bereits gesagt habe, die bisherigen Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten aufgrund der ganz spezifischen Bestimmungen zum Personaleinsatz, den gibt es ja auch noch, können wir leider keinen Frühhort mehr anbieten. Wir sind uns der enormen Belastung der Familien bewusst und wir können nur um Verständnis bitten und noch ein bisschen Geduld. Sobald wir irgendeine Möglichkeit sehen und sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, werden wir das natürlich sofort anpassen. Bitte beachten Sie auch hier die Hinweise und Elternbriefe der jeweiligen Einrichtung und scheuen Sie sich auch nicht bei uns anzurufen im Fachbereich Soziales. Ja, äußerst komplizierte Situation und ich hoffe, ab Montag geht es trotzdem so reibungslos wie möglich, dass sie ihre Kinder in die Betreuung bringen können, unsere Mitarbeiter, unsere Erzieher, die Leiter der Einrichtung tun, ihr Bestes, ihr Möglichstes, dass das alles funktioniert und wir alles wieder halbwegs normal geregelt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass dort viele Fragen sind, viele Unklarheiten, wie das umgesetzt werden soll, wie das funktionieren soll, ob das mit der eigenen Arbeit zusammenhängt oder auch die Abgabetermine, wie das geregelt wird vor der Einrichtung oder auch sonst. Das stelle ich mir schwierig vor. Wir versuchen es. Dann habe ich noch zwei Informationen. Unser Brunauer Hammer bereitet die Wiedereröffnung vor. Der Hammer wird am kommenden Wochenende die Gaststätte Brunauer Hammer wieder eröffnen und in der Folgewoche von Donnerstag bis Sonntag die Gäste begrüßen. Jetzt am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Wir haben in den letzten Tagen vor allem Arbeiten im Bereich der Grünflächenpflege vorgenommen und so viele Plätze wie möglich auch im Außenbereich angerichtet und hergestellt, sodass dort möglichst viele Gäste Platz nehmen können. Auch für das Museum laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung und für den Himmelfahrts Donnerstag ist diese Wiedereröffnung geplant. Es gibt einen Hygieneplan mit detaillierten Vorgaben. So wird es für die Besucher möglich sein, alle Gebäude zu betreten, allerdings nur in einer Größenordnung von insgesamt jeweils acht Gästen pro Gebäude gleichzeitig. Abstandsregelung ist einzuhalten. Auch der Hammer wird wieder in Betrieb sein. Eine weitere Meldung, die ich bekommen habe vom Adam-Ries-Museum, das wird ja vom Adam-Ries-Bund betrieben. Auch dort gibt es wieder die Öffnungen. Es gelten die regulären Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag von 12 bis 16 Uhr. Und wir bitten natürlich auch hier um Verständnis für die Hygienemaßnahmen, Abstände, Mund-Nasen-Bedeckung und so weiter. Das waren die Informationen, die ich fürs Erste habe. Jetzt gibt es noch die Antworten aus dem letzten Livestream. Da fragt Frau Engelsstädter, wann macht das Arbeitsamt wieder auf? Die Agentur für Arbeit ist noch nicht für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Sie konzentrieren sich in der aktuellen Situation auf die Sicherstellung der Geldleistungen, wie Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld. Bitte nutzen Sie dort die Hotline, die Annemarke Vorwahls und die 133 1000 oder die anderen bekannten Rufnummern. Auch das Jobcenter des Landratsamtes ist noch bis auf Weiteres geschlossen, telefonisch aber hier auch erreichbar unter der 831, 4 mal die 8. Es sollten dem Kunden aber keine Nachteile erwachsen. Für dringende Notfälle bitte vorher telefonischen Kontakt aufnehmen und einen Ansprechpartner an der Dienststelle steht Ihnen dann zur Verfügung. Frau Schnabel fragt, wann darf man wieder die Heime besuchen? Es gibt die Möglichkeit, im Heim selbst nach Anmeldung und Zustimmung durch die Leitung der Einrichtungen dürfen Angehörige und nahestehende Personen im Einzelfall Bewohner stationärer Einrichtungen besuchen. Natürlich ist der Zutritt abhängig von der Einhaltung der hygienischen und organisatorischen Auflagen abhängig und die Leitung der Einrichtungen legt es fest. Der Besuch in der Einrichtung ist dabei insbesondere zeitlich und in der Personalanzahl zu begrenzen und mit der Einrichtung vorab konkret abzustimmen. Dann gibt es noch einen Kontakt von Bewohnern außerhalb der Einrichtung. Erlaubt ist der Kontakt der Bewohner mit Angehörigen oder nahestehenden Personen außerhalb der Einrichtung im Freien bei Einhaltung der Schutzverordnung, also auch wieder Abstände und Hygienevorschriften. Es ist nicht erlaubt, der zeitweilige Aufenthalt an einem anderen Ort, zum Beispiel in der Wohnung der Angehörigen bzw. in der Wohnung von Dritten. Auch hier bedürfen Ausnahmen im Einzelfall der Zustimmung der Leiter der Einrichtung. Herr Laudl fragt, nehmen Behörden wieder ihre Arbeit auf, die Meldestelle und so weiter? Wir gehen von unserem Haus erstmal aus. Das Rathaus der Stadt Annerberg-Buchholz hat seine Tätigkeit nie eingestellt. Es ist lediglich erforderlich, seinen Besuch vorher telefonisch anzumelden und das funktioniert ziemlich reibungslos. Im Gegenteil, viele Besucher sind recht zufrieden, weil sie mit dem Termin sofort auch bedient werden und ihre Anliegen erledigt werden kann, funktioniert gut und ich bitte Sie auch weiterhin, das so wahrzunehmen. Für die übrigen Behörden kann von Seiten der Stadt natürlich keine Auskunft und verbindliche Aussage getroffen werden. Das regelt jede Behörde für sich alleine. Bitte informieren Sie sich oft auf den entsprechenden Webseiten und in den Informationen, die in der Presse und sonst zu lesen sind. Frau Nied fragte, können Fehler bei der Entbindung wieder dabei sein? Die Frage habe ich vorhin beantwortet. Das ist möglich. Und eine andere Frage war noch, öffnen die Sport- und Bolzplätze ab Montag auch wieder für die Öffentlichkeit? Hier wird es etwas komplizierter. Die Einrichtungen, die Sporteinrichtungen, Sportstätten, die wir geöffnet haben, bedarfen einer Hygienegenehmigung, einer Ähnliches Hygienekonzeptes. Das liegt in den meisten Fällen vor. Wo das nicht vorliegt, dürfen diese Einrichtungen noch nicht geöffnet werden und Trainingseinheiten mit Mannschaftscharakter, das ist in dieser ganz neuen Hygienevorschrift wieder verankert. Und jeglichen Kontakt ist zu vermeiden. Das bedeutet, für die Bolzplätze gibt es im Moment noch keine Lösung. Da gibt es auch keine Hygienekonzepte, die dann irgendjemand einhält. Auch hier der Hinweis nochmal, wenn sich jemand den Hut hier aufsetzen möchte, bitte kommen Sie auf uns zu und wir versuchen eine Lösung zu finden. Das waren die Fragen aus dem letzten Live-Chat. Gibt es aktuell Fragen? Vielen Dank. Oh, das ist ja ein ganz schöner Bergpapier. Wie ich heute erfahren habe, musste, gibt es ab sofort kein Frühhort mehr. Wie genau stellen Sie sich das vor? Gute Frage. Natürlich ist es schwierig, nach den Auflagen zu handeln, aber ich bin selbst Erzieher und muss für meine Gruppe da sein und auch wir bieten einen Frühhort an. Der muss eine andere Lösung her, abgesehen davon, dass wir Donnerstagsabend haben und es keinen Elternbrief seitens der Stadt gab. Ledig ich von der Schule und dieser sieht sich nicht verantwortlich, mit dem Hort zu kooperieren. Antwort, Hinweis dazu. Der Elternbrief aktuell ist auf der Homepage der Stadt zu finden. Wir haben einen Elternbrief geschrieben. Natürlich mussten wir warten, bis alles das, was vorgegeben ist, auch bei uns vorlag. Das sind die Entscheidungen, die heute getroffen wurden und ich bitte Sie einfach um Verständnis. Das habe ich vorhin erläutert. Die Umsetzbarkeit ist äußerst schwierig und das ist die Lösung, die wir momentan anbieten können. Und ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, auch wenn die Antwort möglicherweise jetzt nicht befriedigend ist. Auch die zweite Frage, eine Frage zur Frühhortbetreuung. Auch hier in der Erzieherin steht vor einem riesengroßen Problem. Wohin mit meinem Kind? Es wäre schön, wenn dafür eine Lösung gefunden wird, denn ich stehe mit diesem Problem nicht alleine da. Wir werden das im Fachbereich natürlich besprechen. Wenn es für ein Einzelproblem eine Lösungsmöglichkeit gibt, dann suchen wir danach. Und wir werden das natürlich dann Ihnen mitteilen. Ich hoffe, die Kontaktdaten sind vorhanden, sodass wir versuchen, da eine Lösung zu finden. Dürfen Trödelmärkte zum Beispiel auf dem Kehlplatz stattfinden? Nein, nach wie vor nicht. Das ist geregelt mit diesen Jahrmärkten und Sondermärkten noch nicht möglich. Gibt es schon eine Regelung für die Schulfähigkeitsuntersuchung, die noch keine hatten? Frage in die Runde. Das ist eine Kompetenz des Landkreises. Wir haben dazu noch keine Informationen. Wir würden uns aber darum kümmern, hier an nächster Stelle Ihnen eine Antwort geben zu können. Also kann ich Ihnen momentan nicht beantworten. Kann man wieder mit Freunden Geburtstag feiern in den eigenen Wohnungen? Natürlich kann man das, aber unter Einhaltung der Zahlen schauen Sie nach. Ich habe das vorhin aufgelistet, was möglich ist mit einem anderen Hausstand noch dazu oder mit Kindern. Das geht. Wie sieht es im Kulturbereich aus? Vereinsarbeit, Ausstellung und Kurse. Das ist geregelt in dieser neuen Verordnung. Das darf wieder stattfinden unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Bedingungen. Hygieneregeln sind einzuhalten. Teilweise Konzepte zu genehmigen. Teilweise einzureichen. Teilweise einfach nur einzuhalten. Also das ist wieder möglich. Habe ich das richtig verstanden, dass Nahangehörige im EKA besucht werden können? Mit Abstimmung im EKA. Die Antwort von vorhin oder die Information von vorhin betraf Pflegeeinrichtungen, aber betrifft natürlich genauso das Krankenhaus oder das EKA. Bitte setzen Sie sich mit dem EKA in Verbindung nach Abstimmung mit der Leitung. Dort sind Besuche möglich. Aber wir können natürlich an dieser Stelle nicht sagen, dass das dann für Sie zutrifft, dass das bei Ihnen möglich ist, hängt immer von den Bedingungen ab, die dort gerade herrschen oder wie das dort geregelt ist. Weiß man schon, man die Sauna im Atlantis wieder aufmachen darf? Bis 5. Juni leider nicht. So ist es jetzt geregelt. Sauna sind ausdrücklich benannt, die noch nicht öffnen dürfen. Das waren die Fragen aktuell. Sind inzwischen noch welche dazugekommen? Ich habe zwar noch eine ganze Menge Papier hier liegen, aber ich glaube, das reicht erst mal, was ich Ihnen mitzuteilen hatte. Ich würde heute schließen mit dem Zitat, nämlich dem Zitat von Frank-Walter Steinmeier. Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes da vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz empfehlenswerter ist als der Aluhut. In diesem Sinne einen angenehmen Abend. In diesem Sinne von Zitat von Frank-Walter Steinmeier